Ich war jetzt nie so einer, der immer zu Hause mit meinem Mami helfen musste kochen. Ich war mehr draußen am Fussballspielen. Bei uns haben wir zu Hause immer gut gegessen. Es hat alles frisch gemacht. Wir hatten die Pizza, die wir eingeführt haben. Ich glaube, das war für mich ein Highlight, wenn man einfach drei Stunden vorher den Pizza einfeuern musste. Und dann sitzt man draußen unter den Bergerland. Dann hat man selber die Pizza gemacht. Das war für mich ein bisschen das Highlight von allen.